Ich will Minecraft free, ich will Minecraft free Auf dem Video habe ich immer einen kleinen Link gepostet Und zwar zurück zur Übersicht Dann kommt ihr wieder auf dieses Video drauf Und könnt dann demjenigen zuschauen Auf dem ihr Bock habt Sprich, wenn ihr auf mich drauf klickt Könnt ihr dann oben drauf klicken Zurück und dann auf Sascha und dann wieder zurück Und dann auf Dima und dann könnt ihr auch von mir aus Alle nochmal anschauen Soviel dazu, ich wünsche euch viel Spaß Und natürlich nicht vergessen Daumen hoch und abonnieren Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao Outro